hallo und willkommen zu einer neuen folge minecraft inderia inderia mit mir den hero crafter aka max aka peter der eine leine zwischen den kopf hat egal heute leute heute leute wollte ich mal was craften ich habe schon mal anderes vorbereitet leute wie geht es euch ich hoffe euch geht es gut bei mir geht es gut und ein geht es gut und ich hoffe euch geht es so gut und ja wir wollen diesen ewigen ewigen kompass kraften da brauchen wir vier enderpern wir brauchen glaube ich noch mal so ein kompass auf jeden fall leute ich weiß nicht was dieses buch macht das konnte ich ehrlich sagen ich habe keine ahnung aber ich will es rausfinden weil es ist ein kompass leute wollte nicht schon einer von euch ein kompass in minecraft ich eigentlich auch nicht aber verzaubertes buch was müssen da drauf sein ist das egal egal oder ist das ist das wayne doch geben wir noch mal geben wir noch eins ich brauche lapis bei louis la louis brauche ich oh gott lapis habe ich keine lapis mehr habe ich echt keine lapis mehr doch wir machen das einfach hier stufe eins entscheiden und so stärke ist ein verzaubertes buch nochmal stärke ist auch ein verzaubertes buch perfekt was brauchen wir jetzt noch ein atlas wie kraftet man den papier leere karte schlitzbuch ok wie macht man das ich glaube ich habe sogar so ein schlitzbuch aber wartet mal wir machen erstmal das andere wir brauchen zwei davon und glaube ich drei eisen das ist echt aufwendig ne 1 2 3 wie war das ja stechzirkel oh leute wer hatte früher auch immer dieses problem in der schule dass euer zirkel kaputt war oder ich glaube ich war der einzige der immer sein zirkel absichtlich kaputt gemacht hat damit er nicht mitmachen muss ich glaube ich war der einzige leute egal hätte spaß gemacht leute ich gehe kurz oder habe ich noch zugrohr hier leute wir sehen uns einfach gleich wieder wenn ich zur gefahren tag bis gleich leute mir hat immer noch keiner geholfen zwecks diesen komischen rucksack nicht auf dem rücken habe hat mir noch keiner geholfen leute ihr müsst mir helfen ich habe davon keinen plan so ich glaube es ist nee wie macht man höh leere karte war das brauche ich eine leere karte war das nicht so leere karte da brauche ich noch mal auch muss ich noch ein ambos machen äh ambos wie hieß das ihr wisst was ich mein ne ich brauche ich bin grad leute ich bin gerade echt lost so bam 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 so und jetzt noch mal genau so jetzt gucken wir nochmal das buch haben wir hier schlitz buch wie macht man das nochmal so so habe ich okay und den mache ich jetzt so hier was brauche ich dazu noch höhe habe ich doch alles 1 2 3 4 1 2 atlas okay ich kenne mich da zwar nicht mit aus leute wenn ihr euch damit auskennt dann happy birthday aber ich habe keine ahnung leute wenn ihr ahnung davon habt schreibt es mir in die kommentare das buch ist jetzt hier oben drin packen wir uns hier oben hin wird bescheid wissen auf jeden fall haben wir jetzt was gecrafted was ich nicht keine ahnung habe was ich damit machen soll genau wie wir mit dieser lohnlaterne wir könnten eigentlich öfters mal solche lohnlaterne machen da können wir mal die packen austauschen und generell mal die wände damit auskleiden oder peter hast du da hast du darauf bock? peter hat bock was könnten wir uns denn auch schnauben hier diese runen leute ihr müsst mir mal helfen wie mache ich das mit den runen also wenn ich die jetzt zum beispiel ich habe jetzt mal ich nehme jetzt nur mal die 3 dann nehme ich hier mein ähm platiru packe ich rein geht nicht habe ich im stream auch erklärt aber keiner konnte mir helfen wisst ihr wie das geht wenn ja schreibt es mir bitte in die kommentare ich konnte eigentlich mal meinen soll ich platiru 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 ne oder ist eigentlich auch Wayne gibt es hier noch irgendwas leute wenn ihr bock habt dass wir in der nächsten folge mal erkunden gehen dann gehen wir in der nächsten folge mal erkunden dann lasst auf dieser folge 10 likes da dann gehen wir in der nächsten folge erkunden leute mit zelder boy ich habe jetzt auch hier bei der warpage stadt hingemacht dass wir uns auch zur stadt porten können und ja können wir uns irgendwas cooles schicke lampe was ist das musikbox leute 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 habt ihr hier ist kein gold mehr hier ist noch gold hier ist noch gold hier ist noch gold oder 1 2 3 4 4 wie war das wie wie also ich will nur gucken wir machen nochmal ein redstone und holz redstone 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 müssen wir uns auch mal wieder farben leute so heute ist das richtige crafting folge hier dann müssen wir es glaube ich so musikbox äh 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 lol warte ok 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 ich bin jetzt ein bisschen buff was ist das gold button advanced keine ahnung ich hab von den meisten mods echt keine ahnung was das batterie für was brauche ich eine batterie bestände ok ich hab keine ahnung leute wenn ihr irgendwie ideen habt was wir craften können wir könnten uns hier ein never portal host hier bauen hatten wir glaube ich schon mal bis wir gestorben sind äh ne das wurde uns ja abgezogen ne haben wir noch einen quats ach wir haben sogar noch hier warte mal können wir das nicht ja ok das haben wir äh von quanten kristall was ist ein quanten kristall monster hä aber wir müssen erstmal gucken lol hm wie cool ist das denn was ist das cool so ein haustier keine ahnung april scherz haustier never portal haustier äh wie war das mal quarts dir ich brauche ein dir irgendwo haben wir noch ein dir bestimmt nein ok dann können wir das schon mal nicht machen da brauche ich auch ein dir oder was als ob habe ich echt keine dirs mehr leute bin ich lost oder sehe ich das einfach nicht wir haben echt keine dirs ach doch wir haben ein dir ok leute komm wir machen das monster dann gehe ich innerhalb der nächsten folge mal farm ok jetzt brauchen wir was brauchen wir nochmal dazu ey ich bin ich bin so vergesslich leute ne ok hab ich ok so 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 äh 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 hm hm ach die kämpfen für mich die kämpfe gegen sich selber der kämpft gegen sich selber hey wo ist der was ist der lapis lazuli klumpen packen wir mal ok 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 leute was neues dazugelernt nie wieder quantenmonster was geht hier draußen hallo ok nix leute ich hoffe euch hat die folge gefallen lasst gerne ein like da abonniert wenn ihr es noch nicht getan habt aktiviert die glocke dass ihr kein weiteres video verpasst ich hoffe ihr seid in der nächsten folge dabei wenn wir eine 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 wanderung machen haut rein bis dann und ciao leute t t t